Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK zusammen mit Katze und mit Baloui. Hallo, ich bin Baloui. Hallo, Baloui. Hallo, die Miri. Hallo. Ich dachte mir, ich begrüße heute die Zuschauer mit einem Rülpsen von Herzen, statt mit einem Hallo, das einfach dahingesagt ist. Das ist auch gut. Ich habe gehört, ihr macht heute was Tolles. Wir machen heute Mean Review. Was für ein Ding, Review? Drachen Review? Drachen Review. Brutus. Brutus ist der Panzer, der Wächter da vorne. Meinst du ein Snack? Nein. Miri düst sie durch die Gegend. Ich köne die Dinge für XB. Okay, das ist ein guter Anfang, aber für den Rundern dauert doch ewig lang. Ich setz dich mal hin. Hallo. Bleib mal drauf sitzen. Warum? Kommst du links, geteilte EP? Ja. Das ist mehr EP momentan als die letzte Zeit. Warum? Das ist die Frage, ob das mehr EP ist, als du jetzt durchs Killen von den Mops gekriegt hast. Ich habe vorhin ein paar Bäume gefällt. Die zwei Bäume, die hier standen, das gab mega viel XP. Bäume fällt es eigentlich ganz gut. Warum? Weil dein Dino auch als Sammeln, selbst wenn das nicht aufnimmt, EP bekommt, für den man hier tut. Also Bäume fällen, Kingkurt ganz schnell. Dadurch ist halt meiner jetzt schon Level 370. Einfach ein paar Bäume, einmal draufhacken, sind ja instant kaputt. Ich gehe meinen, der würde man hau die um. Ich sehe auch ungefähr, wie die Ausdauer von dem Viech ist. Aufdauer. Los, Sam, schneller. You guys cold, du seist. Oh, Blauli, wenn du sowieso noch gerade in unserer Base sein solltest, später. Nein, bin ich nicht. Ich bin an der Küste. Bei so vier Erkula mehr wären eigentlich ganz gut. Na, ob das diesmal was wird mit dem Drachen? Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg. Katze, wann willst du es denn noch mal probieren? Soweit man für Terranodern genug Ausdauer und Bewegungsgeschwindigkeit hat, dass er eine Überlebenschance besitzt. Was brauchst du denn für eine Speed? Also ich bin jetzt mit meinem auf 200 gegangen und der Rest geht jetzt komplett in Ausdauer. 5.300 Ausdauer reichen, ne? Ich glaube mal. Easy. Theoretisch könnte man auch noch Gesundheit ein bisschen skillen, aber Gesundheit brauchen wir nur, wenn wir erwischt werden. Und das sollte ja möglichst nicht passieren. Eben. Das bedeutet, wir nehmen nicht die Pussy-Variante, wo wir tanken, wir nehmen die Pussy-Variante, wo wir wegfliegen. Ganz schnell. Ja. Wie macht man das? Dann bin ich jetzt auf 215 Prozent. So, ich habe auch einen neuen. Das ist der, der am Strand lag von mir, oder? Ja, genau. Er heißt Fliegerass. Ist aber eher so ein Fliegerass. Aber Alter, ist ja scheiße, es geht. Oh, ich sehe gerade, meiner stirbt gleich. Wodran? Ach, verhungert. Gehen wir mal schnell ein paar Bäume fällen, wenn mir die sagt, das ist geil. Meiner hat halt nur 1700 Ausdauer und 130 Speed und das mit Level 300 irgendwas. Wollen das? Ja, gehen ein paar Bäume fällen, dann geht das schon. Ja, wir haben nicht so viele Bäume hier. Ich habe einen Baum gefällt. Alter, der... Kann man nicht so viel Pech haben? Das Ding ist auf 500 Prozent Angriffs geskillt. Der guten Meiner ist 416 Prozent Angriffs. Meiner hat 450. Okay. Dann kann es ja nicht so schlimm sein. So, dann bringen wir jetzt erstmal Günther hier nach Hause. Nimmst du meinen Pteranodern auch mit in die Höhle, der davor steht, bitte? Ich bin schon längst fertig damit. Achso. Du hast gesagt, jetzt bringen wir den auch nach Hause. Ja, weil da war ich schon zu Hause. Na gut. Tut mir leid. Laude, du schmeißt jetzt nicht noch Sachen in meine Kiste von meiner Ausrüstung rein gerade, oder? Wo ich die ganze Zeit meine Ausrüstungssachen reinlege. Ja gut. Nein, du die nicht machen. Hast du was gesagt? Alles gut, super. So, Kamikaze und ich fang jetzt an. Miri, willst du auch einen Teil, dass ich den mit aufnehme? Ja, gern. Kamikaze. Okay, das ist ein guter Name. Warte, dann mach ich das ganz einfach. Das ist ein guter Name. Dann mach ich jetzt. So, das ist jetzt bei uns beiden auf der Tonspur drauf. Okay. Weiße Blauli kriegt die Assi-Synchronisation. Ja, ja, ich merk das schon. Warte mal, muss die nicht beide Miri schneiden? Nein. Nein, nein. Ich meine, du das noch selber. Oh, schön. Da sind auch noch drei Alusauren dabei, das läuft. So, Leute. Ziel ist, easy peasy reinfliegen, give him, rausholen, nicht sterben, Win-Win-Situation. Win-Win. Und ein Ei für Blauli raus sollen. Wer winnt da außer dir und außer uns? Die Drachen jedenfalls nicht. Oh, stimmt wohl. Oh, schön, das Nest, das ich da bunten wollte, ist Respawn noch. Also eine Menge Drachis gerade unterwegs bei mir. Hey, das weiß ich nicht, ob das ein Respawn ist, aber theoretisch müsste ich alle mal einmal mitnehmen, dementsprechend. Dafür folgt mich auch was. Okay, ich soll die weg. Keine fünf Sekunden unterwegs, schon fast tot. Okay, okay, okay. Oi, 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 oi. Ihr seid ja noch immer hinter mir, was soll das denn? Hey, da oben sind Kristalle. Oh, da ist ja noch eine viel tiefere Drachenschlucht, das ist schön. Schön. Ich war noch nie in der hinteren Drachenschlucht. Ach du Sch... Flick, Kamikaze Flick. Klingt wie so ein Affe. Oh, Blauli, hier ist eine Wyvern, die ist sehr schwach. Die solltest du dir vielleicht versuchen zu töten mit deinem Pteranodon. Aha. Die leuchtet rot, als wäre sie ein Alpha, weil es ein Alpha ist. Schön. Das Angebot von dir ist so nett, weißt du, aber... Robert! Der Drache war unzufrieden mit meiner Performance. Ich kann das verstehen. Ich auch. Bist du nicht richtig performt, oder was? Ihr habt nicht richtig performt, genau. Stämlich. Wenn wir eine Choreo einüben, dann muss das auch vor den Drachen funktionieren. Das ist wohl Choreo... Ja, 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 ja. Können wir eigentlich einen Zusammenschnitt aus dummen Geräuschen von Katze machen? Ja. Da ist ein fucking Gipfrache, der mich voll spucken will. Süß. Süß. Das ist so ein Zeichen, dass er dich liefert. Ja, ein positives Zeichen. Der ist doch immer noch hinter mir, oder? Katze, wo bist du denn? Immer noch in der Schlucht? Ja, und der Drache ist immer noch hinter mir. Weil echt quasi, dass der immer noch hinter mir unterwegs ist. Ich will halt einfach nur zu einem Ei und gucken, ob irgendeins von denen noch nicht zu spoilt ist. Ach so, okay. Aber irgendwie... In the Mind of a Dragon, wo wir beißi beißi Drache machen, äh, Katzi machen, ist nicht Feini Feini. Das ist halt immer noch der Alpha hier. Den habe ich ja komplett vergessen auf der Seite. Er hat sich nur verflogen. Er wollte bestimmt nur Hallo sagen. Er hat gesagt, schön, dass du auch mal vorbeiguckst. Hier, guck dir meine hübsche Drachenschlucht an. Alles geil hier und so. Ach komm schon, dein Ernst? Weißt du, ich habe dich gerade abgehängt und jetzt findest du mich wieder aus Zufall, weil ich zu blöd bin, gerade auszufliegen. Flieg Katze, flieg! Miri fliegt doch mit rein. Und juhu! Und wo fliegst du jetzt hin? Gute Frage. Oh Gott! Oh Gott! Lass mich leben! Ich bin ja immer wieder dabei raus zu fliegen und in der Hoffnung, dass die Drachen dadurch dann zu weit weg sind, aber... Hallo! Na, was geht? Namaste! 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 Miri, wo bist du? Was geht, Leute? Hast du schon ein Ei? Nee, ich habe noch kein Ei genommen. Okay. Es gibt zwei offene Stellen in der hinteren Schlucht, die ich nehmen könnte. Das Problem ist, da ist auch wirklich ein Alpha dabei. Das hört sich nicht so gut an. Naja, Alpha ist so ein bisschen... Das ist nochmal ein anderes Milieu, würde ich sagen. So, die Drachen an und für sich sind schon ziemlich unangenehm. Mhm. Aber ein Alpha ist dann doch noch die Creme de la Creme der unangenehmen Dinge. Aber, wenn wir den Alpha zähmen könnten, können wir einen Alpha ausbrüten? Nein. Oh! Wir müssten Alpha ein Ei finden. Das ist ja... Okay. Lauli? Miri? Ja? Auf einen Neun. Viel Spaß! Danke. Viel Erfolg! Du sagst, wenn wir dir irgendwie helfen können, dass wir was machen sollen, ablenken sollen oder sonst was. Das Problem ist, das Ablenken funktioniert nicht. Okay. Ich verdirb den Null, zu kalt, ja. Das ist halt ein echtes Problem. So, das haben wir auch mal weggenommen. Haben wir dadurch jetzt ja die Giftprüfer und ist jetzt auf mich aufmerksam geworden. Juhu! Oh Gott! Der Blitzdrache ist unzufrieden mit der Gesamtsituation, habe ich das Gefühl. Der Blitzdrache ist auch mit fast das Gefährlichste, kann das sein. Eine der Gefährlicheren, ja. Also der Giftdrache ist so, ja, lass mal, machen, da ruhig. Wir fliegen gerade vier Drachis zurück in die Schlucht rein. Nein, die fliegen mir hinterher, ich bin zur Schlucht hin weggeflogen. Viel Spaß! Danke! Die ganzen Eier sind halt verdorben, das ist halt ärgerlich. So, aber dadurch, dass die alle hinterher geflogen sind, könnte es sein, dass die Schlucht gerade ein bisschen leerer ist als vorher. Die Drachen, die da in Formationen Sturzflug machen, sind gut aus. Okay, ich habe eins, das Respond ist. Glückwunsch! Die Frage ist, ob mir die Drachen immer noch hinterher fliegen. Es sind fünf Stück, glaube ich. Nein, vier, fünf. Ja, das ist eine gute Geschichte. Die sind ja auch noch alle hinterher, ja. Die Frage ist, wie weit es ist. Katze fliegt! Äh, es sind fünf. Ne, es drehen um. Zweite noch hinterher. Einer kommt auf mich zu. Das finde ich jetzt eher ungünstig. Ja, der Typ, der auf dich zukommt, ist unschön. Hm? Noch ein bisschen da bleiben. Das ist doch... Es ist halt schon wieder Indie spawned. Aber es war komplett voll. War halt komplett gefüllt. Weil arg arg ist. Das ist aber fies. Wir haben uns ein Drachenei verdient. Ja, du hattest doch jetzt schon deinen Drachen. Oh, Mann. Darfst du das vielleicht nicht, weil es zu kalt wird zu schnell? Nein. Kann es nicht sein. Hm. Das ist doch doof. Ja, sind wir einer Meinung, Glorny. Das ist ein bisschen doof gerade, das, was die ganze Zeit so ist. Vor allem, ich habe extra geguckt, dass es ein volles ist, dass auch beides voll hat. Ja. Und ein Drache anscheinend. Süße Geschichte. Ich muss hier raus. Ich habe den Drachen angegriffen. Wie kann denn das passieren? Ich habe die Rolle gemacht, um schneller wegzukommen und habe den Drachen mitgedonnert. Nein, nicht der, der mich angegriffen hat. Also der, der mich angegriffen hat, ja, aber nicht damit er mich angreift, habe ich ihn gehauen, sondern nachdem er mich angegriffen hat, weil ich da raus musste. Ich habe die Rolle gemacht und habe ihm Schaden gemacht damit. Wäre lustig, wenn der Drache da durchgestorben wäre. So ein Jukopter-Theranode. So ein Plum-Tot. Hä? Bist du ein Level-1-Drache oder was? Oh Mann, ey. Warte mal, ist der immer noch aggro auf mich? Er hasst dich jetzt. Ich glaube, er dreht um. Jetzt dreht er ab, ja. Ja, du darfst doch keinen Drachen hauen. Der ist aber trotzdem echt dabei gerade. Der hat richtig Bock. Der ist jetzt... Oh, der... Oh, oh. Ich habe die ganze Zeit nur... Oh, 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 scheiße. Ich habe, glaube ich, den Drachen kaputt gemacht, Miri. Warum? Weil er jetzt mitten auf dem Feld steht. Das ist sein neues Zuhause. Was? Wo ist der hin? Der ist da mitten auf dem Feld. Der ist nicht mehr in der Drachenschlucht drin, sondern der wartet jetzt mitten auf dem Feld einfach, wo auch Viecher in der Nähe sein können. Wenn genug Viecher in die richtige Richtung spawnen, dann haben wir bald einen Drachen direkt über unsere Base, der da wandert. Und da, er ist über dem Feld. Ja, sieht doch schön aus. Er ist verwirrt. Er ist sehr verwirrt. Das ist nicht so gut. Wir können ihn töten. Äh... Ja, das könnten wir sogar. Wirklich? Ja, wenn du ihn tot kriegst. Ich habe keine Waffe dabei. Ja, ja, ich habe eine dabei. Aber wenn er mich angreift, dann bin ich tot. Das ist ja gut, aber das ist ja... Hat dich ja bei den ganzen Pflanzenfressern auch nicht interessiert. Ja, eben. Er ist ein bisschen verwirrt. Oh, jetzt fliegt er in der Katze. Okay. Ja, aber... Warte, was? Er... Er fliegt hinter dir her zurück in die Schlucht. War doch weit genug weg. Stimmt, er ist, äh, gegangen. War ja noch nicht hundertprozentig, ne? Nee. Ein bisschen kreiselt er hier noch rum. Nee, jetzt ist er weg. Ach nee, da ist er wieder. Er ist verwirrt anschein. Er weiß nicht, wo er hingehört. Ja. Bin ich ein Drache oder bin ich ein Pflanzenfresser? Bin ich ein Drache oder ein Titano? Vielleicht ist der Titano my bro. Ja, vielleicht. It's just a Titano, bro. It's just a Titano. Versuchst du jetzt noch ein Ei zu holen, oder? Ich wollte ganz gerne wissen, ob da jetzt noch irgendwas ist, dass das wieder vielleicht passieren kann. Damit das schön ist. Natürlich seid ihr mir nicht hinterher geflogen. Er fliegt wegen jedem Scheiß hinterher. Aber warum denn wegen sowas? Boah. Wäre ja langweilig. Die Höhle wäre super zum Farmen, wenn hier nicht so viele Drachen wären. Wie gut. Da sind wahrscheinlich richtig schön viele Kristalle drin und alles. Ja, ja. Sulfur, Kristalle, Metall-Erz teilweise. Da haben wir eine große Wand. Was haben wir denn hier über der großen Wand? Die Eifer! Jetzt ist der blöde Drache wieder hier, hä? Er fliegt jetzt Richtung Himmel. Was tut er da? Ja, der Dragon fliegt jetzt ganz oben, Alter. Hä? Er ist echt so heller, Alter. Irgendwas ist mit ihm passiert. Jetzt fliegt er da oben im Kreis. Kata hat ihn kaputt gemacht. Der fliegt nur noch im Kreis. Er trauert um das Ei. Das ist aber traurig. Das Ei ist bei mir im Inventar. Das Ei ist schon mal gut. Wie lange noch? Das Ei ist immer noch bei mir im Inventar. Du hast es unten in die Leiste gezogen, damit du es siehst. Nein, ich muss immer wieder öffnen gerade. Ich will es gar nicht erst anklicken. Nicht, dass es despawnt. Es ist immer noch in meinem Inventar. Oh ja. Spoil-Time ist sehr weit weg. Die Drachen verfolgen mich immer noch. Das ist schlecht. Dass sie dich verfolgen oder dass das Drachenei kaputt geht? Dass sie mich verfolgen. Ah, hört schon irgendwann auf. Die haben wir raus aufs Wasser. Die hassen noch Wasser. Auf jeden Fall sind sie jetzt außerhalb der Ränderdistanz. Okay. Dann fliege ich mal Richtung Base, würde ich sagen, oder? Ich muss dann halt jetzt den direkten Weg wieder zurückfliegen, möglichst. Wo bist du denn 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 geflogen? Das Drachenei ist noch in meinem Inventar. Komm, fliege zu Base, Miri. Richtung Vulkan war ich geflogen. Okay. Ich muss aber erst ein paar Sekunden in der Nähe von dem Berg stehen. Dann. Dann. Weil das wäre jetzt ein ziemlicher Todeszeitpunkt für uns alle. Wenn die einfach nur die Aggro verloren haben, weil ich aus Ränderdistanz geflogen bin. Ja. Und sie jetzt dann irgendwie in der Nähe unserer Base wieder Aggro werden. Das wäre natürlich doof. Aber meine Folge ist auch schon zu Ende. Na, vielleicht hat es ja mit dem Drachenei geklappt. Dann können wir nächste Folge bei Katze sehen, wie das schlüpft. Das wäre ja was. Ansonsten macht es gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bleibt schön feurig. Ciao. Tschüss. Sch